Hallo, wir haben nichts damit geändert mit den FIFA-Lenny und dann geht's weiter. Ja, guten Abend. Jetzt schon ein bisschen später. Drittes Ligaspiel, Sieg-Niederlage. Und es ist ein zweiter Sieg durch Messung. So, ich glaube, wir wollen die Bayern verhandelt. Okay, akzeptiert. Real will einen königlichen Spieler los, während er 27 ist. Mit einem königlichen Gehalt, würde ich mal sagen. Für uns, ja, für uns ist es königlicher Gehalt. Aber John Stones ist auch übelst gut. Und in Ak... Ja, komm. Wir schicken einfach mal raus. Vielleicht gibt uns der Verein noch minimal mehr. Ich zähle, Euro. Aber nicht mehr. Ich habe Angebot... Rolle. Wir wollen erst mal wenigstens... Fünf Jahre, wenn er fünf Jahre lang annimmt. Ich glaube, es ist lange. Ich habe dann fünf Jahre annimmt. Dann haben wir uns ewig, aber wenig. Dann können wir ewig mit ihm rechnen. Es gibt ewig. Er muss es nicht an den Namen, dann gehen wir von Herrn Runter. Abgelebt. Mir gefällt... Okay, er will nicht umziehen. Okay. Bei umziehen, das ist immer das Problem. Da kannst du jetzt nicht sagen, komm, wir drücken dem mehr Gehalt rein. Weil... Bei umziehen bleibt er meist bei seiner Meinung. Das ist das Problem. Es gibt keine... Es gibt keine schönen Wohnungen. Es gibt keine schönen Wohnungen. Ich bleibe leider lieber hier. Hier sind schönere Wohnungen. Wolle. Stell mir. Wichtiger Stammspieler. Essigieller. Bei fünf Jahren müsste man eigentlich Essigieller nehmen. Er braucht eigentlich nur nur 77, 66. Ne, 71. Braucht er, dann ist er bei uns stammt. Dann auch einmal so. So ein 80er. So ein Leiver. Oh, so ein Leiver. Mir gefällt es, ich möchte mich auch... Ich möchte auch nicht umziehen. Kannst du, dass es in München keine guten Wohnungen mehr gibt? Was willst du denn da machen? Mein Gehalt. Ja, du willst doch nicht verlängern. Mein Gehalt ist schlecht. Ich möchte es mal nicht verlängern, aber mein Gehalt ist schlecht. Ähm, du weißt schon, dass du verlängern musst, um... ...mehr Gehalt zu bekommen? Nein, nein. Aber mein Gehalt ist nicht schlecht. Erst wäre mein Gehalt besser als verlängern. Äh, wenn du verlängerst, ist der Gehalt schon automatisch... Vergess es! Komm, hier stecken wir nochmal raus. 0 Euro. Sein Vertrag läuft doch eh bald ab. Da, hier. Wir gucken einfach mal bei den Königlichen. Mir ist aufgefallen, die Königlichen am schönen Spieler. Die man sich alle holen kann. Stimme. Auf ihn auch. So, also auf ihn, ihn und ihn haben wir. Der will nicht und hier kann man auch noch. Aber der 24-Jährige, der wollte nicht, also die wollten 14 Millionen für den. Trotzdem, wir haben jetzt einfach allen nochmal ein Angebot rausgeschickt. Vielleicht ist er jetzt günstiger geworden. Und die, glaube ich, werden ich annehmen, weil die haben nichts mehr. Die haben Zimmermann. Atletico. Hier, Atletico, gucken wir noch. Ob die vielleicht noch von Alter her passend haben. Nein, das ist ein 28-Jähriger. Ja, 28 ist dann doch schon wieder ein bisschen alt. Weil ich glaube nicht, dass er dann so lange bei uns bleiben möchte. Klar, fünf Jahre. Oh, die haben noch kurz von den Spielern, äh, einen Spieler verkauft, nice. Elf, okay. Und der Mann, haben noch keine Rückmeldung. Die Schburg bisher sind wir, sechster Jahr, es waren drei, drei oder vier Spieler erst. Und die mit drei Nieder, oh. Und kurz. Der Haar macht kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos kam bei der Siegtreffer. Er macht es kurz und schmerzlos. Kurz vor Schluss hat er kurz und schmerzlos den Siegtreffer gemacht. Zu teuer? Zu teuer? Warte. Sind alles zu teuer? Wo waren die Transferverhandlungen? Äh, Transferverhandlungen. Moment. Hier. Bei wen könnte man nochmal an... Nein. Äh. Müssen wir an die Liga gucken. Es gibt es noch in Italien. Italien können wir noch gucken. Ja, Italien genau, Serio, äh. Genau, Backer, unser Mann. Nehmen wir, wenn der fünf Jahre lang bei uns bleibt, dann nehmen wir ihn. Ja. Dann kommt Backer zu uns, die hierher gehen. Seldo Dumbia. Hier, wo ein bisschen kein Stück alt oder so, würde ich sagen. Mario. Hier, so jemand sieht mir gut aus. Komm, 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 Mario. Der ist nicht so alt, spielt bei Inter. Wo hat das auch schon ganz schön alt? Ni-Yang, das auch mit gut. Der, äh, hier, der ist gut. Die Mutter, der kommt schicken wir raus. Ich weiß, wenn den normalen Hotel des Ammoners sagt. Ach, Röwes. So, verlohend. Also jedenfalls nicht, dass Ni-Yang, äh. Als Stürmer, wenn ihn, wenn ihn, von sieben Jahren wurde, hätte der entgegen Siebziger Rating. Wir kommen mal nochmal alle liegen durch. Da, der E-Typ von Frankfurt. Der E-Typ von Frankfurt. Kennst du den nicht? Da zeigt Leipzig sogar schon Interesse dran. So alle Spieler, die ich interessant finde. Leipzig hat Interesse. Oh. Als ob Leipzig uns unsere Videos guckt. Leipzig, gibt es zu. Hier nehmen wir. Warte, wir kommen einfach bei den guten Verein aus der Liga. Da haben wir eh nicht so viele. Da kannst du wissen, dass wir stehen und Nacko machen. So, mir da halt. Mehr gute Vereine sind ja eh nicht. Kommand vielleicht mal. Ja. Ich weiß nicht, wie der ist. Ich weiß nicht, wie der ist. Luis, Suarez und Jemand. Nee, der… Ich bin hier nach Schöne. Ich bin hier nach Schöne. Ich bin hier nach Schöne. Nein, 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 nein. Nein, nicht witzig. Okay. 250 war bisher ein Teuerster. Koretzka. Wer ist? Ja, Mario. Ein bisschen teuer. Kann man mit leben bei Frankfurt. Nein, kann man… Come on. Come on, bitch. Oh, 26 Euro fehlen. Die 26 Euro kann der Trainer nicht irgendwie zuzahlen. Mit sein Gehalt. Geht es nicht? Die verdient auch die Tränen auf 100.000 oder so. Ja, nee, das geht ja nicht. Das würde ja nicht gehen. Das Geld ist richtig, Lenny. Ja, dünner Geld. Aber der wäre ja schon besser. Ja, glaube ich auch. Weil, erstens erst Jünger und zweitens erst günstiger. Kann man auch noch in andere Spiele investieren. Nein, zum Beispiel Lengoretzka. Akzeptiert. Fünf Jahre und essentiell. Und 20 macht 20 Prozent. Wenn wir den kriegen, ich will gar nicht fest, dass der ein heftiges Sweating hat. Und hier? Auch fünf Jahre und… Ich glaube aber nicht, dass Come on akzeptiert. Ja, wegen zu wenig Geld. Wegen zu wenig Money, Money. Ah, hier sind die Feine. 31, 7. Hier könnte man mal rausschicken. Zu Mailand. Ach, das ist dann doch schon wieder zu. Hier kann man auch rausschicken. Bei mir steht nicht Flo da. Also, wenn bei mir wird das Ohr nicht richtig angezickelt. Da steht bei mir Flo. Nicht Flo, sondern Flo. Nee, da steht Flo. Ja, bei mir aber nicht. Bei mir ist ein Grafikfehler. Akzeptiert, akzeptiert, akzeptiert. Erhalten. Ja, komm, wir können das nicht aufbringen, mal ne Kolm. Oh ja, die… In der Zeit hat das gehalten. Dann reicht es von Dings ja nicht. Gut, was hat er gesagt? Die Liga ist nicht prächtig genug. Dankeschön, dass ihr uns auch nochmal dissen dürft. Wir gehen uns alle dissen. Ihre Liga ist nicht gut genug. Tut mir leid. Habt nicht letztes Jahr in der Rekualifikation gespielt. Nein, nein. Also werdet ihr dieses Jahr eh nicht schaffen. Pogba nach Dortmund. Oh, shit. Wow, das dauert man 88 Millionen. Ja, das würdest der gerne wissen. Wo hat der Uli das Geld für die Spieler her? Flo, wollen wir jetzt ernsthaft drüber reden? Ja, beide wollen eine Rolle wissen. Nein. Aber, also das ist krass mit Dortmund, dass die jetzt so… 90 Millionen. Boah, ich halte schon fast so. Kann man sich gönnen, würde ich sagen. Was hat Teufel? Da haben bestimmt so Marco Reus. Lockerwohnen sind Meister. Haben wir gar nicht geguckt? Ja, leider. Wir gucken mal was. Wir gucken mal was. Bei einem Verein. Oh, oh, oh. Mittelfeld. Aber wir sollten mal bei Dortmund. Ob die Reus jetzt verkauft haben? Ob Reus über Spiele spielt. Pogba, Reus, Pogba, Micky, ach du Scheiße. Hier kann man eigentlich auch mal… Z-O-M könnte ja theoretisch auch spielen. Kakawa sieht ein bisschen teuer aus. Ja, ja, ja. Wir haben, wir haben. Ich irgendwie auch. Wir haben, die singen. Komm, wir haben von Dortmund schon mal ein junges Talent geholt. Pazelak, Bandowski und, äh, Leiva. Kein Stück teuer. Pogba war nicht so teuer. Pogba war nicht so teuer. Ein bisschen teuer. Wir haben ihnen doch… Ah, ich… Wir haben ihnen doch die Rolle gesagt. Sieht ihr da Stammspieler? So. Pressen war bei ihnen das Gehalt ein bisschen hoch. 20… 20 Prozent. So, das hat der andere so rausgehauen. Mir gefällt es hier. Also, es scheint wirklich so, als ob es bei uns keine Wohnung gibt. Sie können sich doch einfach eine Wohnung bauen lassen. Exzeptiert, nice. Ein haben wir. Ein… Noch einer der Zoom wie Marc ist. Doch, der ist nett. Transfer letzter Tag. So, und er hat… Nicht hoch, aber er dürfte… 71, nice. Von Alter her ist er jünger. Gut. Ich würde eh sagen, dass wir dann umstellen. Auf kleineres Mittelfeld. Ich will auf ein Dreherstummen stellen. Ne, zwei Stimmen und ein Z-O-M. Die Verletzt… Ne, warte, wir lassen das hier. Wir lassen das da. Und geht hier wieder hin. Die Aufstellung reicht doch. Weil ich recht gut bin. Kurz, kurz ist die Mutti. Erstmal sein Keeper reinstellen. Und dann… Super. Sanchez muss dann erstmal runter. Kommt er da hin. Mess. So. Leiva Bandowski. Oh, das ist ein schönes. Das ist ein geiles Team. Und alle haben 70er-Waiting. Alter, nice. Und ein 80er. So Leiva. Und den haben wir erstmal ein bisschen verlängert. Drei Jahre waren es, glaube ich. Ja, na. Komm. Passadak ist noch… Passadak ist noch verletzt. Dann kommt… Wer war da verletzt? Das ist jetzt… Jung. Und den Keeper soll… Lenny. Lenny. Ja, mein Kopfhörer hat ihn rausgezogen. Nicht gut. Mein Kopfhörer ist nicht komisch. Ich habe mich aufgefunden. Ich kann was sagen, dass ich da mein Kopfhörer mitbezogen habe. Gut. Zwei hund… Zwei hund… Zwei hund… Wie viel wird ausgegeben? Okay. Und Hamburg hat drei Spieler verkauft. La Saga, Holtby und Dings. Das ist falsch. Nice. Die sind La Saga, Holtby und noch jemand losgeworden. Okay, drei gute Spieler. Drei gute Spieler weniger, würde ich sagen. Nein, nicht. So. Wir sind dritter. So. Ein gefragter Mann. Wir sind ein gefragter Mann schon wieder. Jobangebot von Kanada. Leben, oder? World Cup. Oh, letzte 16. Ne, lehnen wir bei es ab, weil… Wir wollen, wenn schon, ein Land mit Schmackes. Oh, dann. Was kommt Konkurrent für Mess? Nein, ich für Mess. Das ist mehr so Konkurrenz für kurz. Dann, sonst, sonst läuft's nämlich kurz. Das ist Konkurrenz für kurz. Ist er nicht auf dem Feld? Ist er doch. Nein, das ist kurz runtergenommen. Ah, nee, ah, das war kurz, okay, ja. Nee, der hat Pech. Erstes Spiel für unseren neuen Spieler. Nein. Mein Gott, Rola ist ausgefallen. Ja, gut, er ist wieder an. Er ist ein Spieler verletzt. Mess. Wenn du nur noch ein I ranhängst, hinterm Mess. Mess. Wir sagten doch, wir nehmen dich nicht runter. Du bleibst und schießt die Tore. Mess. Mess. Mess, 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 mess. Wo ist Philippe überhaupt? Philippe hat doch aufgehört. 2-1 ist in Ordnung. Laiver Mess. Die richten das für uns. Ah, es kann kein, es kann keiner mehr sagen. Ich bin müde. Oh, ich bin direkt gegen den Dinosaurier. Die, die Zeit ist abgelaufen für den Dino. So, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir schon mal ne schöne Stütze aufgebaut, weil wir dann 3-Punkt-Forschung zum Dino haben. Na. Komm schon. Den Dino. Der Dino, glaube ich, ist aber noch ne Nummer zu groß für uns, aber trotzdem, man kann den Dino mal fragen, wie die es hier so in der zweiten finden. Das stimmt. Wir haben halt ja immer noch gute Spieler. Ja. Ja. Dran in der Lage ist nicht schön, aber letzte Saison haben wir gegen Augsburg auch immer verloren. Ja, außerhalb des Spieltags. Nee, des Spieltags haben wir auch verloren. Ich sagte, wir haben immer verloren gegen die Tänen. Nein, außerhalb. Nein, wir haben beide Spiele verloren. Ja, stimmt. So. Oh, der ist schade, schade, schade. Und wir hatten noch einen verteidigen. Passler ist wieder fit. Ja, genau, Passler kommt wieder. Jetzt kann jetzt einer die Tore schießen. Jung, Jung ist wieder in seiner Stammposition in der Mitte. Und wir gucken mal was anderes. Das, das schön ist ja, das Geld bleibt ja jetzt über, das Saison. Ja. 99. Das geht, was wir jetzt nicht in Verlängerungen ausgeben, bleibt ja. Oh, wie viele nicht einfach gehen würden. Erstmal nehmen wir Leiva, äh, hierdings. Da gucken wir erstmal wegen ihm. So, ein nacheinander. Die Saison hat eh grad erst begonnen. Und er hat sich schon verletzt. Das war aber kurz für ihn. Er hat keinen kurz wieder drauf. Er wird wahrscheinlich kurz bleiben. Wie lang, wie lang geht? Falsches Programm. Ein Gegentreffer durch den Elfmeter. 3-1 in der Lage. Es muss nicht direkt optimal laufen. Ingolsch hat jetzt den Sieg. Dann sind wir schon wieder am Tabellenplatz nach oben. Dings bekommt jetzt den ersten Einsatz, unser neuer Stürmer. Beide unsere Stammstürmer sind verletzt. Ja. Optimaler kannst du nicht laufen. Das läuft doch gut. Hat wenigstens Missverlängert. Noch keine Antwort. Das kommt jetzt. Wohin sich an! Nein, wenn sie hier lobt. Wohin sich an hilft. Dann die Angst vor uns. Aha, genau. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm. Wir überspringen in 3. 2. Spiel gedreht. Unser neuer Stürmer hat ein Tor gemacht. Im Debüt. 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 Abgelenkt wie so. Wie... Wie... Es war ja so lächerlich, dass sie ihn nicht annehmen. Vertragsverlängerung... Bonus... Der Fall! Warte. Äh, Vertragslängerungsbonus. Hast du den Bonus gegeben? Nein! Ich hab den Bonus eben bei der Anfrage weggemacht. So, wir geben ihm jetzt mehr... So... Eigentlich... So... Zwei Jahre. Ah! 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 Das hätte uns doch jemand gleich sagen können, verdammte Scheiße! Dass die da unten einen Bonus kassieren! Dann nützt es auch nichts, wenn wir da so rumschrauben. Und wenn es tatsächlich geht, dann sind wir, haben wir, dann haben wir kein Leben. Ja, Bolli, komm schon. Du nimmst dann. Bolli, drei Jahre lang. Drei Jahre lang, 80. 80, 80. Noch hat er nicht, nix geschrieben wieder. Jetzt dürfen wir erst mal als Tabellenvierter kommen. Wir haben zwar schon Niederlagen, aber wir sind Tabellenvierter. Ach, 10. Äh, hä, hä. Und jetzt wollen wir hier den Sieg holen. Letztes Spiel für die Partie. Ja. Ist es unser Harder? Siehst du es auch Harder? Was? Alle! Wie schnell ging das denn? Tor, Tor, Tor. Ich glaube, das ist wirklich unser Harder. Lass uns mal gucken. Hat Harder getroffen? Nein. Zum Glück. Aber das war es für die Partie. Dann würden wir sagen, haut rein. Als Tabellenvierter verabziehen wir uns noch nicht so optimal. Verbesserung ist noch drin. Aber dann erst mal. Ciao!